Es ist gut, dass Sie in der tiefen Trauer um einen geliebten Menschen zu uns gefunden haben. Der letzte Weg, das Verabschieden von einem geliebten Menschen, gehört zwar zu jedem Leben dazu, und trotzdem ist er für Sie, die Hinterbliebenen, mit großem Schmerz, mit unendlicher Leere und tiefer Trauer verbunden. In dieser schweren Zeit möchten wir Ihnen als einfühlsamer, starker und pietätvoller Partner bei allen Ihren Fragen zur Bestattung, Trauerfeier sowie allen behördlichen Gängen, die mit dem letzten Weg eines Menschen verbunden sind, voll und ganz zur Seite stehen. Wir kümmern uns darum, dass Sie ausreichend Zeit für Ihre Trauer haben und entlasten Sie, wo immer es von Ihnen gewünscht wird. Um Ihnen möglichst viel Last von den Schultern zu nehmen, begleiten wir Sie und stehen Ihnen vertraulich zur Seite. Wir erklären Ihnen ausführlich, wie eine Feuer- oder Erdbestattung, eine Sehbestattung oder eine Natur-, Kristall- oder Diamantbestattung abläuft, damit Sie sich in Ruhe entscheiden können. Und natürlich sind wir auch für Sie da, wenn es um die Sarg- bzw. Urnenauswahl geht. Auch wenn Ihnen der letzte Wunsch für den Abschied des Verstorbenen nicht bekannt ist, schaffen wir gemeinsam und entsprechend Ihren Vorstellungen einen würdigen Rahmen, begleitet durch einen Pfarrer, Priester oder freien Redner, mit stimmungsvoller Musik und ausgewähltem Blumenschmuck, mit einem gesprochenen Wort, das der gelebten Zeit noch einmal Raum verleiht. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die letzte Reise des Verstorbenen gestalten, immer verbunden mit Empathie und Respekt vor dem gelebten Leben, dem eingetretenen Tod, aber auch mit Zuversicht für alles Positive, was die Zukunft bringen wird. Wir kümmern uns selbstverständlich auch um Ihre persönliche Trauermitteilung an ausgewählte Personen und um die Traueranzeige in der örtlichen bzw. kirchlichen Zeitung sowie um die Erledigung aller behördlichen Vorgänge. Sie wünschen im Anschluss an die Trauerfeierlichkeiten einen gastronomischen Abschluss? Dann unterbreiten wir Ihnen gerne entsprechende Vorschläge und kümmern uns um die komplette Umsetzung Ihrer Vorstellungen. Natürlich können wir alles auch in Ruhe bei Ihnen zu Hause, in der Ihnen vertrauten Umgebung besprechen. Diskretion und Empathie für Sie, die Trauernden, wie auch für den Verstorbenen, sind für uns mehr als nur ein Berufsethos. Wir helfen Ihnen, einen würdigen Rahmen zu schaffen, der auch im Moment der Trauer Zeichen setzt für einen neuen Abschnitt. Gehen Sie den letzten Weg mit dem Bestatter Ihres Vertrauens. Abschied in Geborgenheit Bestattungsinstitut Eberhard in München